Da haben wir jetzt per Skype zugeschaltet, der Mann, der im Mittelpunkt dieses Tsunamis sein wird, nämlich Thomas Saliger, der Marketingchef und das Mastermind von XXXLutz. Guten Morgen, Thomas Saliger. Ich nehme an, diese Lockdown-Meldung heute Nacht, die hat Sie wirklich hart erwischt und das ist ein Schock für Sie persönlich und den ganzen Handel, oder? Also mal guten Morgen nach Wien. Natürlich ist das jetzt alles sehr überraschend gekommen für uns alle und ich glaube, ich spreche ja immer auch für den gesamten Handel. Das ist jetzt in der Zeit vor den wirklich sehr entscheidenden oder sehr wichtigen Wochen für den gesamten Handel natürlich eine sehr, sehr unangenehme Situation. Das heißt, es wird euch wie viel entgehen, wenn da wirklich drei Wochen, sprich 20 Tage, zweimal zehn Tage ist ja die gesetzliche Frist, das ganze Land im Lockdown ist und alle Geschäfte zugesperrt sind. Was ist das allein für einen Umsatzentgang beim XXXLutz ungefähr? Man kann sich das ja immer nach den Wochen ausrechnen. Man braucht ja nur 100. Pro Woche machen wir zwei Prozent vom Jahresumsatz. Das ist ja nicht so schwer auszurechnen. Andere Branchen trifft es da vielleicht sogar noch um einiges härter. Bei uns geht es sehr viel darum, dass die Kunden sich ja die Lieferzeit für ihre Möbel sichern wollen. Also das ist sehr, 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 sehr unterschiedlich. Jetzt gilt es für uns aber mal dran, wir müssen jetzt die Mitarbeiter mal informieren, weil bei den ganzen Informationen, die da jetzt unterwegs sind, ist bis dato ja noch zum Thema Kurzarbeit und wie wird das alles wieder geregelt, noch nicht gesprochen werden. Und jetzt einmal, ich sage mal, auch im ersten Schritt stellen wir jetzt eigentlich einmal diese Umsatzentgänge hinten. Jetzt wollen wir mal unsere Mitarbeiter Klarheit verschaffen, weil die sind natürlich wieder von uns sicher. Wie schaut das jetzt aus? Ist die Kurzarbeit so, wie sie bis jetzt war? Es gibt ja da durchaus auch andere Bestimmungen. Also das wollen wir, da wollen wir jetzt einmal Klarheit. Und eins muss man sagen, sehr, sehr unangenehm ist immer diese Lockdown-Verkündung am Freitag für Montag. Das haben wir früher immer schon begrittelt, dass wir eine Woche, wenn wir Karenzzeit haben, um wieder alles zu organisieren, tun sich natürlich alle viel, viel leichter. Und der Zeitpunkt ist nie der richtige. Jetzt ist er vielleicht besonders unangenehm, aber man kann vielleicht an die Österreicherinnen und Österreicher appellieren, dass sie vielleicht heuer mehr Gutscheine schenken für die Zeit danach und nicht alles irgendwo im Ausland kaufen über Internethändler. Das ist einmal ein Tipp. Und das zweite Morgen sehe ich nicht ganz so dramatisch, weil wir müssen ja ernst, wir haben ja schon einen Lockdown für Ungeimpfte. Also 20 Prozent der Menschen dürfen ja seit einer Woche schon nicht mehr einkaufen gehen. Das heißt, die Frequenzen regulieren sich durch das ohnehin eine Spur. Einige werden verunsichert sein und morgen nicht in die Geschäfte gehen, weil sowas immer auch ein bisschen ein Konsumhemmer ist. Allein schon die dramatische Gesundheitssituation. Und viele werden natürlich die Gelegenheit noch nutzen, aber das werden wir auf unsere Flächen und mit den ganzen Sicherheitskonzepten, die ja nie eingestellt wurden. Und wo der Handel ja immer sicher war und auch nicht der Infektionstreiber ist, was ja jetzt, glaube ich, nach dem vierten Lockdown oder beim vierten Lockdown feststeht, dass wir ja nicht der Verursacher sind und nicht der Treiber. Eher ein bisschen die Leidtragenden. Aber wir sind natürlich wie immer, tragen wir das mit. Ich habe die große Angst morgen nicht. Maske tragen, die ganzen Bestimmungen, die da so, die wir eh schon alle kennen, einhalten. Dann werden wir am Morgen kein Problem haben. Rechnen Sie auch mit einem Riesenansturm morgen, weil es wird ja ganz, ganz viele geben, die heute Nachmittag bereits und morgen ihre Weihnachtsgeschenke kaufen wollen, weil ja nicht sicher ist, ob der Lockdown tatsächlich nach 20 Tagen, sprich am 17. Dezember, wäre das dann wieder endet. Oder ob er nicht gleich über Weihnachten drüber geht. Das heißt, es ist ja anzunehmen, dass viele Österreicher heute Nachmittag und morgen bereits Weihnachtsshopping machen werden. Ihr bei XXXLutz, das muss man ja lobend erwähnen, seid ja führend, was diese Sicherheitskontrollen anbelangt. Da hat es ja ganz am Anfang ein paar Probleme gegeben und seither habt ihr das ja großartig in den Griff gekriegt. Das heißt, die Leute werden genau kontrolliert, wenn sie hinein dürfen. Es darf immer nur eine bestimmte Anzahl an Kunden hinein. Aber Herr Saliger, rechnen Sie mit einem Ansturm? Ansturm, ich glaube, diese Bilder, die man damals so im Kopf gehabt hat, ganz am Anfang, ich glaube, die wird es in der Form nicht mehr geben, weil die Menschen ja insgesamt auch gelernt haben, mit der Situation umzugehen. Es wird viel los sein, aber es wird im gesamten Handel viel los sein und es verteilt sich auf alle Geschäfte. Und das ist ja das, was man manchmal übersieht. Es ist die gesamte österreichische Handelsfläche morgen spannend. Sprich, es verteilt sich auf die gesamte Fläche und nicht auf einzelne Geschäfte. Und von dem her, die Handelsfläche in Österreich ist ja durchaus beträchtlich. Und wie gesagt, nochmal 20 Prozent der Menschen dürfen ja leider schon jetzt nicht einkaufen gehen. Ein paar werden unsicher sein. Ich glaube, es wird nicht so dramatisch sein. Es wurde damals ja am 8.12. auch herbeigeredet, dass das so ganz, ganz, ganz schlimm und dramatisch ist. Das ist ja dann alles nicht eingetreten im Handel eben, weil ich glaube, dass es sich auf alle verteilt. Und wir werden morgen alle davon profitieren in irgendeiner Weise. Aber es wird kein gesundheitliches Problem sein. Und ich glaube, der Handel gesamt und nicht nur wir, und ich war da in einigen internen Gruppen, wo das auch intern besprochen ist, wo man sich gegenseitig ausgetauscht hat, was man tun kann, haben bewiesen, dass wir unseren Beitrag den letzten eineinhalb Jahren geleistet haben. Und ich glaube, vielleicht auch ein Resultat daraus, dass deswegen bei uns im Handel nichts passiert ist. Thomas Saliger, Sie sind ja immer auch ein bisschen ein Vordenker, was den Handel anbelangt. Und Sie sind ein Kämpfer gegen diesen Lockdown gewesen, haben diesen Kampf leider wieder einmal verloren. Was wäre denn Ihre Alternative gewesen? Ich glaube, Sie wollten ja einerseits bei den Schulen, wo die Inzidenzzahlen so explodieren, Maßnahmen setzen, und andererseits in der Nachtgastronomie und bei der Einreise, wenn ich das so richtig im Kopf habe, oder? Jetzt muss man sagen, es hat ja jeder von uns eine persönliche Meinung in Österreich. Das sehen wir ja, ich glaube, das ist vielleicht auch ein Teil des Problems. Wir haben eine persönliche Meinung, wir haben keine solidarische Meinung. Und jetzt, ich habe immer nur darauf hingewiesen, man muss sich schon anschauen, wo die Inzidenzen passieren, und dort sollte man ansetzen. Jetzt darf das nicht eigennützig sein, weil der Handel halt wenig hat, aber ich glaube, in der jetzigen Situation wird es wahrscheinlich auch notwendig sein, dass man alles nach unten fährt. Das hat ja alles einen Sinn. Ich bin kein Politiker, weder kennen wir die Zahlen dahinter. Ich glaube, wir müssen auch in einer gewissen Weise der Politik vertrauen. Die einen wollen es lange versuchen, ohne aus irgendwelchen Gründen. Die anderen machen das schneller. Ich glaube, es spricht ja immer jedes Argument für alles. Und wenn man sich anschaut, das ist ja nicht ein rein österreichisches Problem. Lettland hat vor Wochen schon zugesperrt. Die Deutschen werden irgendwann einmal folgen. Also ich glaube, man muss jetzt aufpassen, dass man nicht auch ganz in Österreich jetzt alles kaputt redet. Ja, unangenehm. Ich glaube, das hat uns alle überrascht. Jetzt heißt es aber wieder zusammenhalten. Jetzt ziehen wir das durch. Machen wir den Lockdown. Dann geht es runter. Und ich glaube, für nachher sollten wir jetzt endgültig lernen. Große Partys ist jetzt nicht die Zeit dafür, glaube ich. In den Schulen muss man sich wahrscheinlich was überlegen. Aber wie gesagt, da gibt es Bildungsexperten. Und ich bin ja selber Vater. Also das ist natürlich nicht leicht für die Kinder in Distance Learning. Aber ich sage, das war, wenn ich da dann geschaut habe, wie einzelne Lehrer das intensiv betrieben haben. Das war schon, weil ich bin ja selbst manchmal im Homeoffice gewesen und daneben hat meine Tochter Schule gemacht. Also muss man einige Lehrer wirklich sagen, wie die Distance Learning sich vorbereitet haben, wie die das gestaltet haben. Das ist nicht das schlimmste Mittel. Das gibt, glaube ich. Das ist jetzt ganz meine persönliche Meinung.